Leute willkommen zurück im Ödland äh Chum und Max warten hier vorne ganz gechillt auf die Todesfahrt die ich gar kein Bock habe okay das ist jetzt ne Hauptmission die muss ich machen hören wir uns mal an Hallöchen Hallöchen der schon wieder ja ja nur noch eine Tenderloin sie ist zu Rammel Lodge nun sie sucks die Maske Tag und Nacht aber Crowe denkt ein Schuss an die Biggs könnte eine schlechte Frau wo ist sie? der war nicht so gut so Hallöchen ich bin's alter wie sieht die denn aus ich brauche ein ein das das sagst du mir du willst mich nicht ich brauche jemanden für die Gäste 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 Hätte er nicht irgendeinen besoffenen Typen im Rollstuhl nehmen können wäre er gleich besser gewesen jetzt müssen wir zurück zu Crowdezzle und bei ihm wahrscheinlich will er dass wir Rennen fahren und dann sagt er so Na Sigi boah nimm doch mal den Schrott ey Na Sigi Na Sigi eine Küste voll Schrott 2300 wir sollten doch tatsächlich gleich mal was ausgeben jetzt so neu Panzerung was ist mit der die ist so besser Motor erhöht die Beschleunigung des Standard V6 um 8% ok kostet aber 600 ist aber schon wieder arg teuer Auspuff Höchstgeschwindigkeit um 40% im Vergleich zu einem Standardauspuff Reifen mit die allgemeine Reifen Reifenhaftung Aufhängung Schutz des Fahrgestells sollte man ja mal kaufen oder sowas so das haben wir hier den Abwehrstachel hinten auf jeden Fall dann haben wir jetzt hier die ganzen Abwehrstacheldinger Seitenbrenner können wir noch nicht das Nachladezeug für die Harpune und das Feuer für den Arsch den Rambock können wir auch noch nicht Ötland Mission auf Gefechtsstation auf Gefechtsstation müssen wir machen ok Hä wo ist denn die Ötland Mission auf Gefechtsstation man weiß es nicht haben wir die hier und mein Tagebuch auf Gefechtsstation haben wir noch nicht gehabt auf jeden Fall naja ok gucken wir mal wir haben ihn jetzt oioioioioi haben ihn jetzt ein bisschen ausgerüstet schauen wir mal was wir machen müssen ha das ist sie 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 taugend die die sie die sie 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 Aber meine Charity ist nicht frei. Entschuldige dein Wille. Wie so. Du Räst für Crow. Hier. Jetzt. Du bringst die Chilz. Und die Spillz. Und die Leute schrauben die Geld. Ich lasse ihr Geld. Okay. Nicht so schnell, Buck. Du Räst nicht das Funky-Junk hier. Das Räst nicht für meine Finerie. Nur Speed-Dämonen auf diesem Weg. Du Räst nicht die Fahrrad. Dann rätst du meinen Schrauben. Ich kann rätst bis die Fahrrad schneller. Ja, ja, schneller. Ich kann schneller. Aber ich brauche die Fahrrad. Dann wir die Fahrrad. Oh. Die sind in der. Die sind nicht mehr. Die sind nicht mehr. Die sind nicht mehr. Aber sie ist alles überraschend. Die sind nicht mehr. Geringere die Bedrohung in Pink als Hoheitsgebiet. Okay. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt wollen sie nämlich, dass wir... Ja, das sind natürlich jetzt alles so vier Sterne-Dinger, ne? Oh, hier das Ölpumpenlager, das wäre ja schon mal was. Könnten wir versuchen. Stufe 4, Ölpumpenlager. Machbar ist es. Wir versuchen es einfach mal. Am 5. sind wir gescheitert, 3er schaffen wir locker. Obwohl, wartet mal. Da bin ich jetzt mal ein ganz schlauer Fuchs. Wo ist denn Cheats? Ich weiß, das ist ein bisschen Cheaten, aber man muss es sicher nicht schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Die Munition. Ich habe auch so das dumpfe Gefühl, dass wir noch viel mehr von den Nebenmissionen machen könnten. Und dann hätten wir... Wir könnten auch hier noch mal Nebenmissionen machen. Beziehungsweise jetzt hier bei ihm... Ist hier noch bei ihm irgendwas? Cheats-Hoheitsgebiet? Ist das alles Cheats-Hoheitsgebiet? Hier! Das Lager. Das Lager ist dreifach bewacht, das Lager ist einfach. Ja, da können wir doch einfach mal hier zu dem Lager hinfahren, oder? Ist hier nicht irgendwo ein... Komm. Wir fahren da mal hin. Die Festung. Vielleicht soll es irgendwie auch neue Nebenmissionen geben, wenn man immer weiter runter geht mit den... Dass wir wenigstens mal eine Festung auch gesehen haben. Oh, dass ein Auto das verklauen kann. Das sieht mich jetzt aber nicht so. Ja, der hält auch gleich an. Das ist sie doch. Ich bin mal gespannt, ob wir den so auf zwei runterkriegen. Ich bin nicht so. vielniejser. Meist für mich! Early. Okay. There's horrid sludge. It seems to want to swallow her beautiful rubber. Wo ist der verfickte Gastank? Oh. Da. Komm schon. Okay. Standardspruch. Hallöchen! I'm down. I'm the only thing between you and my many brothers. Piss dich! Fünfmal Schrot. Und den können wir dann nochmal nach Hause fahren. Trinken, trinken, trinken. So, leider nicht ganz voll, aber egal. Falsche Taste. Oh, haben wir doch noch so viel? Naja. Werden sehen. Ich bin gespannt hier auf den Boss. Der wird bestimmt so ähnlich sein, wie der, den wir davor schon gesehen haben. Schon zwei Insignien zerstört waren. Naja, nein. Jeb. 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 Zeb. sich noch ein Insignier. Komm. Die Kämpfe machen auch immer noch Spaß. Kann man gar nicht anders sagen. So, hier führt das Kabel lang. Oh. Wir müssen da auch lang gehen. Okay, aber da geht's nicht lang. Oh, fast runtergefahren. Natürlich Assi jetzt. Ah, hier. Und das Spiel hat minimiert. Schubst ihn runter. Schade. Hat er was verloren? Oh. Wie sie sich hier alle rollen. Dass das Messer kaputt geht, das ist aber auch irgendwie zu merken. Zu. So, dann können wir gleich Stuber gehen. Nochmal den Schrott mitnehmen. Die Lager, die unterschiedlichen Lager sind echt cool gemacht und abwechslungsreich. Da kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Also wenn mir das hier gar keinen Bock mehr machen würde, würde ich es auch nicht spielen, sondern einfach nur Stuber der Hauptquest. Aber ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir das jetzt hier machen und dann machen wir es einfach. Ne. Da steht ja keiner mit der Pistole hinter mir und hetzt mich hier durch. Und zwingt mich, Hundefutter zu essen. Ach, falsche Richtung gegangen. Na, wie soll das denn gehen? Ach, von der anderen Seite. Okay. Gut. So. Gehen wir hier rum. Aufgehauen. Dienen die auch als Schnellreise dann hier? Das könnte sein, ne? Okay, hier ging es nicht weiter. Hier runter. Für die lohnt es sich, das einzusetzen. Explosives für die Tür. Da ist bestimmt der Kumpel drin. Da oben ist die letzte... Die letzte Insignia. Hier ist wie ein immer wieder spawnender Kanister. Kennen wir ja schon. Perfekt. Gebangt. Und warten. So, weg ist er. Ist ja schon cool. Da muss man... Also will ich gar nicht so viel mehr... Die Türen verschwinden ja auch immer. Ist schon cool, dass die da so drin hängen bleiben. So wäre das ja auch wirklich. Die verschwinden ja nicht. So eine Tür zerbrüsselt ja auch durch so eine Explosion nicht in alle Einzelteile. Oder dass es vielleicht eher, dass sie aus den Scharnieren gerissen wird oder so. Ich will jetzt hier nicht von Realismus sprechen, aber es ist schon... Es trägt zur Atmosphäre bei. Was auch. Ne? Das kann man so sagen. Ist der oben auf dem Silo, der Boss? Schwer kann der ja nicht sein. Nur ein... Ein... Ein Dings. Ein Totenkopf. Totenkopf eins. Boah. Ist noch Wasser? Brauchen wir aber nicht. Ist hier noch was? Wo bündete Lager an? Grasper grobe. Oh! Schau her. Du musst dich getötet. Wie ein Böscher, du musst zerstören. Dein Blatt muss Wasser auf die Erde, wie dein Mann in die Dastung gerissen. Und dann komm her. Wir werden sehen. Ich kann gar nicht warten, um meine Hände in deine Hand zu sinken. Okay. Zwei. Oh, Visa. Oh, Visa. Alter, wie er mit dem... Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Okay, lassen wir ihn hier reinlaufen. Visa. Boah, da hat er mich. Malik. Komm, komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Geh nochmal hier rein. Oh ja. Ah, please, make an infinite leap. Ah, it's gonna let me kill you. I'll keep your rotting cords to me self. For a lot of... Oh, ah, ah. Ja. War trotzdem schwer. Es war trotzdem schwer. Fand ich. Oh, Rungschaft freigeschalten. Topdorf töten. Gaswerk abgeschlossen. Fortfahren. Fortschritt 90%. Ja, da fehlt uns noch einmal. Vielleicht liegt das aber auch hier rum. Weiß es ja nicht. Bedrohung verringert in Gehtsgebiet. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Ist hier noch was? Kann man jetzt einmal im Kreis laufen, wa? Ja, ne, das müssen wir jetzt aber nicht machen. So, wir sind im Gehtsgebiet. Der Geht mit dem Jeep. Ey, hier, dieser... Dieser... Eine. Oh. Können wir jetzt ja wohl auch nochmal schnell machen. Ich weiß, wir überziehen dann. Aber es sollte ja eigentlich relativ fix gehen. Sondern einfach... Und dann haben wir Geht auf Level 2 runtergebracht. Dann können wir uns, glaube ich, Max-Updates kaufen. Projekt-Belohnung, breit in 15 Minuten. Keine Ahnung, was er meint. Ja, wir wollen ja nicht wie Könige behandelt werden. Wir wollen ja einfach nur überleben. Ja, da will die dann. Ist hier noch ein... Schießdingens? Ne, ne? Muss ja die äußere Verteidigung schon weg sein. Wieso trifft er den nun nicht? Das handelt. Okay. Geschafft. Und das lädt unsere Energie wieder auf. Das ist ja cool. Wenn wir in den Wut-Modus kommen. Enrage. Wasser. Ist doch gleich der Warcrier kommen eigentlich. Passt. Ich lauf nicht weg. Keine Panik. Wir brauchen Explosives. Um da reinzukommen. Aber hier waren doch irgendwo... Kanister. Zumindest am Anfang vom Level, glaube ich. Irgendwo waren Kanister. Ich bin mir sicher. Hier. 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 Hier am Anfang. Hier war ein Kanister. Ja. Hier war ein Kanister. Ja. Mitnehmen. 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 Kann man das mal aufsprengen. Hallöchen. Da hängt einer. Ja. Ganz vergessen. Mit Kanister kann man nicht schnell laufen. Ich würde gar nicht gehen. Dann würde man sterben. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich das vergessen? So. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Zack. Zack. Kaboom! Holy shit. Schätze mal da drin wird das ganze Gedöns auch dann sein. Ah. Hier wäre auch Kanister gewesen. Ja. Gut. Hätte man vielleicht mal früher reingucken können. Na dann. Ich dachte hier geht es dann weiter. Über die. Aber ne. Muss ich was essen. Donkey. Wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mit dem Hund kann man. Ein bisschen Minenfelder machen. Aber das war es dann auch schon. Aha. Ne, Insigni. Bäm. Bäm. So. Runterrutschen. Ah. Gucken wir mal eine an. Oh. Schrott. Gut. Aber ansonsten nix. Oh. Hier hätte man das Ding machen können. Runtermachen können. Na ja. Wenigstens können wir jetzt schnell laufen. Wir tragen ja keinen Kanister. So. Jetzt mal schnell hier befreien. Und dann haben wir die drunter auf ein. Gucken wir mal, ob wir uns da tolle Sachen kaufen können. Oh. Ruhnpuff. Ruhnpuff. So, hier die Ölpuff oder nicht. Kanister. Hör den Mist da. Stinko. Kaboom. Passt. Wollen wir mal hier gucken gehen, ob hier noch was rumliegt. Bisschen Schrott. So. Ich war bei minus zwei jetzt. Ja. Bin bei zwei angekommen. Achso, hier ist jetzt auch nichts mehr. Jetzt will ich wenigstens mal gucken, was da oben da war. Da war noch so ein Spalt, wo man durchgehen konnte. Ja, in der nächsten Folge. Ich überlege schon mal, was wir da machen. Ich denke, wir gehen dann trotzdem mal verringern die Bedrohung. Wir kaufen mal ein paar Upgrades. Und dann verringern wir die Bedrohung im Pink-Eyes-Gebiet. Ah, hier ist noch die letzte Insignia. Gut. Dann haben wir es aber. Oh. Was für ein Ausblick. Und jetzt erst. So. Die Bedrohung verringern in Pink-Eyes-Hoheits-Gebiet. Das machen wir in der nächsten Folge, schätze ich mal. Nachdem wir uns die Verbesserung gekauft haben. In diesem Sinne bleibt Main. Bis dann. Haut rein. Tschüss.